Guten Tag und herzlich Willkommen. Mein Name ist Professor Jürgen Pohl. Ich bin Chefarzt der Abteilung für Gastroenterologie und interventionelle Endoskopie in der Asklepios Klinik Altona und in den nächsten Minuten möchten wir Ihnen gerne unser Team und unsere Abteilung vorstellen. Die Gastroenterologie und die Chirurgie unserer Klinik sind eng miteinander verzahnt und bilden zusammen die traditionsreiche Gastro-Klinik. In der Gastro-Klinik kümmern wir uns gemeinsam um gutartige sowie bösartige Erkrankungen der Speiseröhre, des Verdauungstraktes, der Leber, Gallenwege und der Bauchspeicheldrüse. Wir stellen zuerst eine genaue Diagnose und stimmen dann eine optimale Therapie für unsere Patienten ab. Ganz im Mittelpunkt stehen dabei die schonendsten Verfahren, die neuesten medizinischen Erkenntnisse und natürlich die ganz individuellen Patientenwünsche. In Altona steht uns modernste Medizintechnik für den Erhalt und die Wiederherstellung ihrer Gesundheit zur Verfügung. Herzstück unserer Klinik ist die international renommierte Endoskopieeinheit. Hier werden durch erfahrene Ärzte unseres Teams endoskopische Spiegelungen der Bauchorgane durchgeführt. Dabei kommen bewährte und neueste Techniken zum Einsatz, die schonende Eingriffe an den Organen ohne Schnitt von außen erlauben. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in Altona seit mehr als 25 Jahren Gastgeber des weltweit größten Endoskopie-Live-Kongresses sind. Das garantiert einen persönlichen Wissensaustausch und internationales Top-Niveau unseres Teams. Gute Pflege trägt maßgeblich zur Genesung bei. Deshalb verstehen sich unsere engagierten Ärzte und Pflegekräfte als Teile eines gemeinsamen Therapieteams, das sich auf Visiten und Besprechungen eng abstimmt. Auf unseren Stationen sind sie dabei gut untergebracht, mit ein wenig Glück sogar mit bester Aussicht auf Hafen und Elbe. Wir sind einfach zu erreichen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Auto über einen unmittelbar benachbarten Autobahnanschluss. Es stehen direkt vor dem Krankenhaus ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Für die Vereinbarung von ambulanten und stationären Terminen sind wir über unser Patientensekretariat gut zu erreichen. Hier werden Untersuchungen bereits vor dem Aufenthalt abgestimmt und Informationsunterlagen versendet. Wenden Sie sich an uns. Wir sind für Sie da.